Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Hidden Cats in Paris. Ich muss mal kurz das Mikro nochmal verstellen, das wird nochmal laut. Ja, ich hab mir gedacht, ich bin bereit für ein entspanntes Let's Play. Und das wird sehr entspannt werden. Und eingestellt hab ich soweit alles. Ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut. Ich dreh's aber ein bisschen runter. So, gehen wir rein. Das Spiel ist, ja wie man sieht, man muss Katzen finden. Und das gibt einmal den normalen und den Advanced Mode. Und ich werde auch versuchen, die ganzen Erfolge zu kriegen. Das wird nicht so schwer sein, hab ich aber jetzt einfach grad mal Lust drauf. So, also, wir gehen natürlich, würde ich sagen, in Advanced Mode. Ich bin mir relativ sicher, dass Cats and City People to earn hints and unlock bonus levels. Das ist doch geil. Das ist, äh, Fixed Positions ist auch gut, aber das ist doch geil. Da gehen wir rein und, Alter, das ist etwas laut. Es ist etwas laut. Oh, das ist süß. Aber die Musik ist ein bisschen laut. Ähm, gut. Man kann zoomen, übrigens. Also, der Zoom ist inverted. Moment. Das geht nicht. Sehr schön. Ne, hier. Insert Zoom Off. Ja. Okay, das ist irgendwie lustig. Ähm. Ja, wir werden hier die... Wir werden das hier einmal alles, äh... Oh, Hade. Ah! Uh! Äh. Hier. Sehr gut. Es ist ein bisschen laut, muss ich sagen. Also, hier habe ich es mir nicht ganz so laut vorgestellt. Hier ist eine Katze. Holy shit. Äh. Oh! Five Cats. You found five cats. Wir haben schon die erste Errung geschafft. Es tut mir leid, dass ich hier noch ein bisschen umstellen muss. Ich bin halt noch gar nicht in das Spiel reingegangen. Ich hätte das jetzt vom Anfang so... So ein bisschen gestellt. Aber die Musik ist... Die Musik ist laut, ne? Die Musik ist schon ein bisschen laut. So. Resume. Und weiter geht's. Oh! Magnolia. Easy. Breathe, eat, rest and sleep. So. Ja, das ist eine Special Cat. Die ist süß. Ist eine süße. Unlock. Äh. Louvre Bonus Level. Sehr schön. Gut. Wir haben den Louvre freigeschaltet. Das Bonus Level. Oh! Guck mal hier. Haus ist bunt. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Oh, Katzen hier auf dem... Oh, auf dem Bus. For real? Auf dem Bus. Hier ist auch noch ein Kätzchen. Hab ich gesehen. Das hab ich gesehen. Hier ist auch noch eine. Errungenschaft freigeschaltet. Zehn Kätzchen. Die Gegend hier ist unentspannt, muss ich sagen. Die ist echt laut. Die ist wirklich, wirklich laut. Unschön laut. Da haben wir doch in jedem Auto ein Kätzchen. Hier auch? Ne, hier. Doch, hier. Oben drauf. Okay, ich seh dich. Ah, ich find... Oh! Äh, 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 Raja. Raja? Raja? Ich weiß es nicht. Ich nenn sie jetzt einfach mal Raja. Don't pick me up and don't touch my belly. Sollte man bei keiner Katze machen. Obwohl es gibt Katzen, die lassen das zu. Aber es gibt auch sehr viele Katzen, die wollen das nicht. Oh, die ist auch eine Süße. Ich find die Fellfarbe sehr cool. Eine sehr, sehr coole Fellfarbe. So, da haben wir auch noch eine. Oh, die hängt hier runter. Die kleine Mobbischen. Oh, das ist auch eine Süße. Gut. Suchen wir weiter. Hängt hier noch irgendwo eine dran? Nein. Die tut mir so ein bisschen leid, weil die da so dran hängt. Da, da ist doch auch eine hinter. Ja. 25 Kätz gefunden. Also man kriegt sehr schnell Erfolge. Ich hab in die Erfolge, muss ich sagen, gar nicht reingeguckt. So richtig. Äh, ich wollte mich halt komplett überraschen lassen. Ist das eine Katze? Woher soll... Woher soll ich denn wissen, dass das eine Katze ist? Also ich hab jetzt nur gedacht, hä, was... Was ist das? War jetzt eher so ein Zufallsfund. Okay. Also das Advanced ist schon schwieriger. Ähm, 30 Kats. Ach so, Moment. Wir haben ja hier noch die... Die 16 People. Ja, die müssen natürlich auch... Ist das einer? Ne. Hätte ja sein können, ne? Was macht die denn da? Ach so, die steht da. Ich dachte, die... Ich dachte, die erleichtert sich. Ich dachte schon so... Die ist auch wild. Also wie kommt die da hoch? So. Wir haben schon ein ganzes Gebiet hier. Das ist cool. Das ist schon ziemlich cool. Oh, hier. Ah, 35 Kats. Ich dachte, das wäre schon wie eine Special Cat. Leider nicht. Wir haben schon zwei von acht Special Cats übrigens. Das ist schon cool. Hier ist auch eine Special Cat, oder? Ne. Die ist nur in Angriffsmodus. Oh, das ist so süß. Oh, das ist so süß. Hier ist eine Katze. Hier ist eine Katze. Hier ist eine Katze. Das ist doch eine Special Cat, oder? Jawohl. Die Vicky. Today I'm gonna stay here such a comfortable place. Ja, also... Ich hätte ja übersetzen können die anderen auch. Heute... ...bleibe ich hier. Es ist ein komfortabler Platz. Ein gemütlicher Platz. Ist das eine Katze? Hier ist eine. Hier ist aber keine mehr drauf, ne? Ne. Sehe ich zumindest gerade nicht. Oh, hier. Ist das ein Special? Ne. Hm. Da ist auch noch ein Kätzchen. Da ist auch noch ein Kätzchen. Oh, das ist schon... Das Spiel ist schon süß. Das muss man jetzt einfach mal sagen. Das Spiel ist sehr süß. Guck mal, da oben drauf ist auch noch eine. Ist das Asterix? Es ist ein Special Charakter. Uh. Cool. Es ist Asterix und Obelix. Okay, das ist geil. Das ist geil. Aber gut, macht Sinn. Macht Sinn. Oh. Äh. Wie heißt sie? Sandera. Oder Fendera. Cats. Assemble. Foot is coming. Ähm. Ich bin gerade nicht so sicher, was Assemble heißt. Vielleicht aufgepasst oder so. Oder Achtung, dass Essen kommt. Unlock. Boulangerie. Bonus Level. Oder Boulangerie. Ich kann nicht gut Französisch. Oder ich kann eher gar kein Französisch. Also, seht es mir nach, wenn ich es falsch ausspreche. Wir gucken mal hier weiter. Das würde mich übrigens nicht wundern, wenn Obelix auch dein Non-Special Character ist. Wollen wir denn hier noch ein paar Kätzchen? Oh. Oh. Guck mal hier. Süß. So. Dann haben wir. Das Haus ist noch nicht bunt. Hier müssen noch irgendwo Katzen sein. Da. Guck mal hier. Ah. Süß. Holen wir uns natürlich direkt. Also, hier sehe ich keine mehr. Vielleicht kommt da noch was. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß es noch nicht. Guck mal. Hier ist eine. Ah. Ah. Hier sind bestimmt auch noch welche versteckt, die ich jetzt gerade noch nicht sehe. Oh. Hier. Oh. Jetzt haben wir hier das auch bunt. Sehr schön. Irgendwo im Baum. Oh. Hier oben. Ah. Guck mal. Jetzt haben wir das auch bunt. Geil. Nice. So. Hier ist eine. Die hatten wir schon. Das ist eine Special gewesen. Oh. Da ist eine. Ich habe dich gesehen. Da ist eine. Da ist eine. Die Erfolge. Die werde ich jetzt nicht mehr vorlesen. Das ist einfach nur. Du hast 70 Kätz gefunden. Jetzt gleich kommen wahrscheinlich. Du hast 75 gefunden. Oder 80 gefunden. Oder so. Also. Ja. Muss man jetzt nicht immer vorlesen. Denke ich mal. Gut. Was haben wir hier? Oh. Guck mal hier. Hallo. Da ist noch eine. Ah ja. Du hast 75 Kätz gefunden. Das Muster ist erkennbar. Sagen wir es mal so. Oh. Das ist hier ein Special. Ein Special Character. So. Hier ist doch auch noch irgendwo eine Katze. bestimmt. Da. Guck mal hier. Und haben wir das auch bunt. Oh. Guck mal hier. Oh. Süß. Hier haben wir auch einen Special Character. Der ist direkt auch einer. Aber die sind jetzt nicht so schwer zu finden. Muss ich sagen. Ja klar ne. Man muss immer gucken. Wer hier gerade angezeigt wird. Aber. Ich finde das geht. Ist hier auch eine Katze drauf. Special ist der auch nicht. Ich sehe jetzt gerade keine Katze auf dem Bäckerwagen. Aber dieses Miauen ist so süß. Aber ich meine okay. Es gibt ja auch. Es gibt Katzenmenschen. Es gibt Hundemenschen. Es gibt auch Menschen. Die mögen einfach keine Katzen. Ich mag alles. Ich mag Tiere allgemein. Tiere sind cool. Tiere sind mega. Aber deswegen mag ich auch zum Beispiel keine Zoos oder so. Obwohl ich sagen muss. Ich finde jetzt so Haustiere, Katzen, Hunde. Wenn man sie gut hält. Gut behandelt. Finde ich okay. Kommt halt immer drauf an. Es gibt halt auch die Leute. Die es nicht machen. Nicht gut machen. Dann. Weiß ich nicht. Das ist auch ein Special. Ah Lupita. Ah das ist eine Süße. Oh. Curtains. Curtains. Let's climb it all. Ah was heißt immer Curtains. Ich weiß es gerade nicht. Es tut mir leid. Irgendwie Fassaden oder so. Oder Schränke. Ich weiß es gerade nicht. Ehrlich gesagt. Auf jeden Fall lasst uns alle hochklettern. Oder lasst uns alle besteigen. Besteigen klingt aber. Oh Versailles. Versailles. Ich nenne es mal Versailles. Bestimmt auch falsch ausgesprochen. Ich kenne die Stadt. Aber die Aussprache ist halt immer so eine Sache. So. Also wir haben schon ordentlich viel hier. Bunt gemacht. Muss man schon sagen. Ich frage mich aber wo hier noch die Katze ist. Die fehlt damit wir das hier alles bunt machen. Oder ob es einfach Gegenden gibt. Die nicht bunt werden. Oh das ist auch ein Special Charakter. Ah okay. Die Special Charaktere. Die fallen da auch mit rein. Dann macht das alles Sinn. Ist hier noch eine Katze im Baum? Also hier muss irgendwo noch eine Katze sein. Ich kann mir nicht vorstellen. Dass das nicht bunt wird. Da oben ist noch einer. Ist das Haus schon mal bunt? Wo ist denn die Katze hier? Hallöchen. Nicht da. Naja gut. Werden wir hoffentlich noch kriegen. Hier ist aber wirklich keine mehr dran, drauf, irgendwo drin. Ist das hier eine Katze? Nein. Das hier auch nicht. Ne. Naja gut. Vielleicht bleiben auch Sachen weiß. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das auch so ein riesiges Hintergrundbild. Was dann auf einmal sich verfärbt. Wir werden es sehen. Hier ist eine Katze. Da ist ein Kätzchen. Oh 95 Kätz. Sehr schön. Oh Gimli. Nice. You got a free ticket to my cabaret. Cabaret. Cabaret? Also du hast ein gratis Ticket für mein Kabarett. Boah. Ich weiß es gerade nicht. Es ist auf jeden Fall. Ist so eine Vorstellung in Amerika glaube ich. Also ich bin jetzt nicht sicher, ob ich mich nicht vertue. Ich glaube das sind so kleine Räume. Und da sind so kleine Bühnen drin. Und da wird was aufgeführt. Glaube ich. Wir werden es sehen im Bonus Level. Auf jeden Fall haben wir Gimli. Das ist auch eine süße Katze. Hier mit dem Tigermuster. Und orangene Katzen. Super. Obwohl ich sagen muss, ich habe so ein Favorit auf schwarze Katzen. Finde ich auch extrem cool. So, gucken wir mal hier unten so ein bisschen weiter. Was ist das hier eigentlich? Sind das Zigaretten oder sowas? Soll das sein? Ja, er wird special sein. Deswegen ist das hier nicht eingefärbt. Hier sind auch noch ein paar Katzen. 100 Katzen gefunden. Sehr gut. Also wir haben schon mal 100 von... Ja, 158, ne? Da ist noch ein Kätzchen. Also hier kann ich mir nur vorstellen, dass er hier special ist. Haben wir denn hier noch irgendwas an Special-Charakteren? Sehe ich gerade nicht. Aber hier ist noch ein Kätzchen. Da haben wir einen Special-Charakter gehabt. Oh, warte mal. Die Dame. Die ist doch in einem... In einem Auto. War die in einem Auto? Ah, wir werden es sehen. Also ich will hier alles finden, ne? Also... Ich werde mich auf der Suche auch nach den Special-Charakteren machen. Da oben ist noch ein Kätzchen. Ist das hier eine Katze? Ne. Nach der Sache da im Fenster bin ich mir immer unsicher. Hier ist noch hier... Oh, die Kleine da oben. Oh, süß. Da ist eine noch im Baum. Ist auch eine im Baum. Oh, der Eiffelturm. Cool. War ich tatsächlich schon mal drauf? Nicht ganz oben. Aber ich war schon mal drauf. Da war ich sehr, sehr klein. Estrelinia. I snuff you and you snuff me. You must know my new box. Ich glaube, es heißt so viel wie... Ich rieche dich und du riechst mich. Du musst meine neue Box kennenlernen. Unlock Patisserie. Bonus Level. Oder Patisserie. Wir haben Bonus Level freigeschaltet. Auf jeden Fall. Wir haben sehr viele Bonus Level. Kätzchen. Kätzchen. Ja... Haben wir jetzt auch voll. Ist das... Ne, das ist keiner. Ne, ne. Kätzchen. 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 Ich frage mich, ob sich das hier alles bunt färbt, wenn wir unten das alles haben. Wir werden sehen. Ist das ein Special? Nein. Jetzt müssen wir mal ein bisschen hier genauer gucken auf die... Die Leutchen hier. Aber bis jetzt sehe ich nichts. Kann man noch Katzen? Hier haben wir noch eine. Da haben wir auch noch eine. Oh, hier oben drauf. Und bunt. Oh, guck mal. Hier ist eine ganz, ganz, ganz böse versteckt. Ach, die haben wir... Ne, die haben wir noch nicht. Ah, die Straße ist eingefärbt. Yay. Cool. Also es wird sich wahrscheinlich das hier auch alles einfärben, wenn wir unten alles gefunden haben. Würde ich jetzt mal so stark annehmen. Da oben ist noch eine. Da ist noch eine. Da ist noch eine. Ah, süß. Oh, guck mal hier. Special Charakter. Das ist doch safe ein Autofahrer. Obwohl... Ne, ne, Moment, 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 Moment. Ähm... Ich muss gucken. Wir werden gleich gucken. Wir gehen hier oben nochmal ab. Weil ich das jetzt hier noch nicht hatte. Okay. Bevor wir hier komplett durcheinander kommen. So, das haben wir. Äh, äh, Lua, Lua. Hey, Human, put on that Heavy Metal Show. Oh, hallo, Mensch, ähm, macht die Heavy Metal Show an? Startet die Heavy Metal Show? Oh, die Katakomben. Oh, ja, die Pariser Katakomben auch. Wilde Sache. War ich nicht drin? Aber schon viel von gehört. Sehr viele Mysterien, etc. Wahrscheinlich alle. Wahrscheinlich ihr auch. Also das sind ja, also die, ne, die sind bekannt. Die sind bekannt. Da ist noch eine. Da ist noch ein Kätzchen. Wo haben wir noch eine? Ist das eine? Das ist auch eine. Ah, guck mal hier. Sneaky Bicky-like. Ähm... Ich mag die Musik. Die ist ja cool. Was haben wir hier noch, dass sich das nicht färbt? Was haben wir hier noch, dass sich das nicht färbt? Ich würde jetzt mal schätzen, sie wird ein Special. Also es ist immer nur geraten, ne? So, ich weiß... Ah, nee, ah, nee, er hier. Aber vielleicht sie auch. Wir wissen es nicht. Vielleicht wird sie auch ein Special. Ach, das ist ein Special. Ah, jetzt ist das ein Special geworden. Und guck mal, jetzt haben wir ihn hier. Jetzt ist er auch ein Special. Sehr schön. Obelix. Habe ich doch gesagt. Obelix wird auch einer. Oh, und warte mal. Das ist auch ein Special, ne? Uh, noch vier Special-Menschen. Noch vier Special-Menschen. Ist das eine? Das ist eine. Eine von den Special-Menschen. Sehr cool. Er sieht aus wie Van Gogh. Aber Van Gogh kommt aus den Niederlanden. Ah, haben wir hier noch Katzen? Oh, da unten drunter. Süß. Sweet. Hier, äh, haben wir noch, äh, haben wir hier noch, äh, nein. Nein. Hier. Special-Mensch. Kein Special-Mensch. Special, nein, kein Special-Mensch. Okay. Okay, okay. Äh, wir haben noch vier. Vier Kätzchen brauchen wir noch. Und ich will die, ich will die Hinweise nicht benutzen. Das ist so ein Anspruch. Ne, möchte ich, äh, ich möchte... Oh, warte mal. Uh. Ah, süß. Hehe. Im Himmel sind sie auch. Sehr schön. Wir brauchen noch zwei normale Katzen. Und zwei Special-Menschen. Und einen haben wir. Es soll wirklich Van Gogh sein, oder? Das ist doch safe, Van Gogh. Auch wenn, auch wenn das jetzt ein Musiker ist, aber... Er sieht ihn halt mit den orangenen Haaren und so. Er sieht ihm schon ähnlich, oder nicht? Hat er, hat er eher orangenen Haare? Ich bin unsicher. Oh, hier ist der letzte Special-Mensch. Sehr gut. So, wir haben noch zwei Katzen. Hier unten muss noch, äh, das fertig sein. Deswegen würde ich schätzen, wir haben hier noch irgendwo ein Kätzchen. Ist halt schwierig, ne? Wegen den Autos, die hier immer rumfahren und sowas. Ist schon, äh, schwieriger. Oh, 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 ah. Uh, haha. Okay, das war fies. Das war ja mega fies, dass die da einmal... Boah, das war fies, ey. Okay, okay, okay. Okay, das, das war gemein. So, wir haben nur noch ihn hier. Und den Mond. Ist auf dem Mond eine Katze? Auf dem Mond ist keine Katze. Ja, die Katze muss irgendwo hier sein, bei ihm hier. Da müssen wir suchen. Und da müssen wir suchen. Ja, das sieht hier aus, als würden das Katzen sein. Aber ich glaube, das sind keine Katzen. Das ist eine Katze hinter dem Vogel? Ach, du Heiliger. Ah, aber wir haben alles gefunden. Sehr schön. Congratulations. Ah, das ist schön. Das ist schön. Hidden Cats in Paris. Wir haben das Hauptspiel fertig. Die Spiele kosten übrigens nicht viel. Das sind auch nur so Spiele zum... Ja, zum Entspannen. Zum Chillen. Ich mag solche Spiele. Jetzt können wir uns hier nochmal alles angucken. Jetzt ist hier alles eingefärbt. Das ist cool. So. Ja, passiert hier noch was? Oder geht das von alleine weg? Ich weiß nicht. Wir machen mal Back to Menu. Wir haben Bonus Level. Hier, ähm, ne? Wir sehen hier auch durch die Katzen. Ich würde sagen, wir gehen schon mal in Islands rein. In Katakomben. Von links nach rechts. Wir machen es von links nach rechts. Sieht schon cool aus. Gut. Also wir finden auf jeden Fall relativ viele Cats gerade hier. Boah, das ist... Das ist... Das ist gemein hier. Das ist echt gemein. Das ist echt fies. Das ist auch fies. Das ist einfach nur die Form einer Katze. Also natürlich, ne? So alles hier, die Form... Oh, wie cool. Okay. Zack, zack. Ich sehe doch da was. Ich habe dich gesehen. Ich habe dich gesehen. Oben in den Knochen bestimmt noch, oder? Sind noch welche bei? Ne. Hier sind noch so Katzenabdrücke. So, wie viele brauchen wir noch? Zehn. Wir brauchen noch sieben. Gut, hier noch. Hier noch. Hier sind doch bestimmt noch welche zwischen, oder? Da. Guck mal. Noch drei. Oh, oh. Ich habe es gesehen. Haha. Ich habe dich gesehen. Sind hier noch irgendwo Cats zwischen? Ich sehe gerade nichts. Das heißt aber nichts. Ich kann auch gerne mal was übersehen. So, wir müssen weitergucken. Es könnten ja auch hier einfach nur solche Formen sein. Und wir brauchen nur noch zwei Stück. Ich sage ja, solche Formen sein. Ich würde es verschätzen, dass es, glaube ich, auch irgendwo eine Form... Eine. Oh, guck mal hier. Katakomben abgeschlossen. Sehr cool. Congratulations. Hidden Cat in Paris. Ja, gut. Haben wir das Level auch abgeschlossen? Äh, Patisserie. Es ist anscheinend ein Bäcker oder sowas in der Art. 50 Cats. Gilt es zu suchen. Oh, ich habe es gesehen. Boah, die sind aber schon hier so ein bisschen krass versteckt, ne? Ich habe es gesehen. Schön. Da oben hängt noch eine. Okay. Oh, da unten sitzt noch eine. Hier liegen auch noch welche drin. Guck mal, da ist auch noch eine. Da sind noch einige. Wir finden sie. Da ist noch eine dazwischen. Jetzt wird es wieder ein bisschen kniffliger wahrscheinlich, ne? Oh, ihr habt es gesehen. Ich habe es gesehen. So, da. Noch neun Stück. Ist hier einer an dem... Ne. So, noch neun Stück. Die werden wieder ein bisschen kniffliger, denke ich mal. Noch sechs Stück. Können natürlich auch wieder einfach nur so Katzenformen sein, ne? Also, das müssen wir gucken. Da, ich sehe dich doch. Ich sehe dich. Da ist auch noch eine. Sehe ich hier unten noch irgendwas? Ne. Hier sehe ich gerade auch keine. Ich sehe sich aber... Also, ich sehe auch gerade nicht, dass sich was bewegt. Wir brauchen noch vier Stück. Vier Stück ist schon ziemlich viel. Dafür, dass ich jetzt schon nichts sehe. Das ist nicht so... Nicht so eine gute Sache gerade. Aber wir schaffen das. Hier. Drei Stück. Drei Kätzchen. Da ist auch noch eine versteckt. Zwei Kätzchen. Ach, guck mal hier. Auch noch eine versteckt. Das ist keine Kätzchen. Ne, das ist kein Kätzchen. Haben wir noch irgendwo hier... Also, wir haben auf jeden Fall hier noch irgendwo ein Kätzchen. Aber jetzt gilt es zu suchen. Ich glaube, ich zoome mal ein bisschen ran jetzt. So, der Moment gekommen. Da lohnt es sich ein bisschen ranzusumen. Ich denke die ganze Zeit, dass das hier irgendwas ist. Aber ist nicht. Habe ich schon ausprobiert. Gut, hier ist auch kein Kätzchen. Hier ist sonst auch kein Kätzchen. Bei ihr ist auch keine Katze, ne? Ne. Oh, ah, da unten. Das ist ja krass versteckt gewesen. Patisserie. Geschafft. Ich finde es ehrlich gesagt auch krass, dass das alles so gemalt ist auch noch, ne? Also so alles auch so bunt und so. Das ist schon schön. Ist schon sehr schön gemacht. So, das Level haben wir auch. Kommen wir jetzt zu Kabarett. Hier brauchen wir sogar 75. Ich werde jetzt einfach erstmal in diesem Bild hier bleiben und alles suchen, was ich in diesem Bild hier finde. Gut. Da, oh, da unten noch. Haha, guck mal hier. Kätzchen auf der Karte. Ich hoffe nicht auf dem Speiseplan. Das wäre ziemlich, hm. Das wäre nicht so gut, ne? Das wäre nicht so gut. Hm. Noch irgendwo ein Kätzchen hier. Ich sehe nichts. Gut, dann werden wir hier rüber gehen. Da, ich habe es gesehen. Haha. Ich habe es gesehen. You can't hide. So. Da sind noch ein paar Kätzchen. Da ist auch noch eine drin. Kätzchen. Kätzchen. Oh, unten sind noch welche. 300 Katzen gefunden bis jetzt schon. Schön. Es wird auch ein schnelles Spiel sein, ne? Deswegen. Es wird ein schönes, schnelles Spiel sein. So, haben wir hier noch eine Katze. Oder ein Katzen. Oh, hier. Oder noch ein Katzen. Also sowas, wie eine Katze aussieht. Ein Symbol. Sehe ich gerade nicht. Gut, dann werden wir mal. Oh, wir sind am Ende. Ja, gut. So, okay. Wir sind am Ende angekommen. Dann gehen wir noch zur anderen Seite rüber. Weil hier... Oh, ah. Ich habe es gesehen. Hier sind nämlich auch noch einige Kätzchen versteckt. Eventuell sogar alle, die wir noch brauchen. Ich hoffe. Also, dann haben wir gut gesucht auf jeden Fall. Oh. Hier habe ich gesehen. Habe ich gesehen. Da ist noch eine Katze. Ist bei ihr noch irgendwo eine? Hier ist noch eine. Oh, die ist auch ganz schön böse versteckt. Hier ist noch eine. Hat sich hier was bewegt? Habe ich was gesehen? Nein, habe ich nicht. Habe ich nicht. Wir gehen nochmal ein Stück rüber, weil da... Guck mal hier. Zwei Stück. Zwei Kätzchen waren hier noch. Ja, gut. Also, wir brauchen noch vier Stück. Wir haben auf jeden Fall gut gesucht. Muss man schon mal so sagen. Ist auch noch eine. Wir haben auf jeden Fall gut gesucht. Die letzten drei werden dann wahrscheinlich wieder ein bisschen, äh, besser versteckt sein. Noch eine gefunden. Da oben habe ich noch gar nicht so richtig geguckt, glaube ich, ne? Müssen wir noch einmal nachgucken oben. Hm. Oder hier noch irgendwas, äh, was ich nicht entdeckt habe. Nee. Bei ihr ist auch nix. Nee. Wir brauchen noch zwei Stück. Zwei Kätzchen noch. Da oben sehe ich auch nichts. Ja, gut. Also, hier sehe ich gerade nix. Zwei Kätzchen. Wir gehen jetzt nochmal nach rechts und dann gehe ich in den Zoom. rein. Dann werden wir das wieder genauer suchen. Ich mag auch die Musik, muss ich ehrlich sagen. Das macht Spaß. Also, ich finde auch so Suchspiele schön. Es ist vielleicht jetzt nix für Let's Play, aber wenn man so ein Kamala ansieht. Ist jetzt auch nicht groß, ne? Ist jetzt auch nicht so krass. Ist das ein Hobby. Da kann man dann sowas auch mal reinstreuen. Da macht es dann kein, da macht es dann nicht aus, wenn da nicht, nicht wirklich, äh, Aufrufe drauf sind. Okay, ich muss wohl oder übel in den Zoom. Sonst sehe ich hier, glaube ich, nichts mehr. Hier sehe ich nix. und dann klebe ich nix. Ich denke, jetzt habe ich das. Bis zum nächsten Mal.